im Ersten. Sabine Christiansen, Main 2008. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Mitreißende Emotionen, einzigartige Träume. Wer sorgt für Schlagzeile? Welche Herausforderungen erwarten uns? Die interessantesten Menschen des Jahres. Und hier ist ihre Gastgeberin, Sabine Christiansen. Wir können die Wasserenergie nutzen. Wir können die Wasserenergie nutzen. Ein großes Thema, diese sogenannten alternativen Energien. Da muss Deutschland weiterhin führend bleiben. Wir machen es jetzt mal umgekehrt. Wir warten nicht, bis das Jahr vorbei ist, sondern versuchen mal zu sagen... Lass uns doch erstmal vielleicht so eine Strecke überschaubar zu gucken. Danke! Vielen Dank.